Tauchstation ist eine Übung für den Bewegungsapparat, mobilisiert den unteren Bereich der Lendenwirbelsäule. Ideal für Personen, die sehr viel sitzen oder stehen müssen, weil wir sehr punktuell dahinten belastet sind. Sie setzen sich auf einen Stuhl, lassen einfach den Oberkörper nach vorne absinken, genau soweit es geht, ganz locker die Arme hängen lassen und jetzt atmen Sie ganz tief in den Bauch und dadurch, dass der Bauch auf den Oberschenkeln aufliegt, entsteht hier im Lendenwirbelbereich eine Dehnung. Ich lege mal die Hand drauf, um zu kontrollieren, dass Sie auch spüren, wo die Dehnung stattfindet. Sehr schön. Sie können das bei sich selber machen, indem Sie sich selber die Hand auf den Rücken legen und spüren, dass der Bereich sich hier weitet. Sehr schön. Okay, wenn Sie jetzt hochkommen, gehen Sie bitte ganz langsam hoch, ganz langsam den Rücken wieder anheben, den Kopf bis zum Ende hängen lassen, weil jetzt sehr viel Blut in den Kopf gelaufen ist, dass uns nicht schwindelig wird. Ganz entspannt langsam anheben, sehr schön. Wunderbar.